Jetzt gäbe es noch die Möglichkeit für sogenannte Lightning Talks. Es hat sich nur bis jetzt keiner angemeldet oder gemeldet, aber das macht nichts. Hat jemand von euch im Publikum jetzt noch irgendwelche Termine oder Projekte anzukündigen? Jetzt gäbe es die Gelegenheit dafür. Zeigt mal kurz auf oder kommt nach vor. Einer? Bis jetzt bist du der Einzige, also komm. Und sag, wer du bist und was du vorhast.